Brot Brot hat für eine ausgewogene Ernährung eine grosse Bedeutung. Es ist nicht nur ein wichtiger Energielieferant, ohne dass es dick macht, es enthalten auch eine Vielzahl von lebenswichtigen Bau- und Schutzstoff. Schon 100 Gramm von diesem Vollkorn-Brot decken einen guten Teil des Tagesbedarfs an Kohlenhydraten in Form von Stärke und Eiweiss. Und sie enthalten ebenfalls diese für die Verdauung so wichtigen Nahrungsfasern, aber nur wenig Fett. Natürlich hat es in diesem Brot auch Vitamine und Mineralstoffe. Aber auch wenn man nicht immer nur an gesundheitlichen Werten denkt, macht ein Gobe das Brotessen schmackhaft, denn jeden Tag backen die Gobeckermeister in den verschiedenen Regionen über 140 verschiedene Brotsorten. Unter anderem verschiedenste Spezialbrote aus besonders wertvollen Mehl- und Kornmischungen. Als Beispiel erwähnen möchte ich heute das dunkle Spezialbrot aus Rauch- und Vollkornmehl mit 20% weniger Salzgehalt, das herzhafte Dinkelbrot, das mit verschiedenen Getreideflocken angereichert ist, oder Steinmühle voll Kornbrot aus Mehl, das besonders schonend zwischen Steinen gemahlen wurde. Sie sehen also, wir Gobecker sorgen für offen, frische Abwechslung in Ihrem Brotkörbchen. Ja, und für Fallbeschäftigung bei mir im Laden. Im Mittelpunkt des heutigen Rezepts steht die grosse Gemüeszwiebeln. Wie jedes Gemüse, wie Früchte, Salate oder Vollkornprodukte versorgen sie uns mit Nahrungswasser, Vitamine und Mineralstoffe. Ich habe Zwiebeln in Salzwasser vorgekocht und mit einem spitzigen Löffel ausgehölt. Für die Füllung dämpfe ich die blätterig geschnittene Champignons in ein bisschen Butter an. Dazu kommt die Gruyère, frische Kräutchen, ein bisschen Salz, verquirltes Ei und später das Ausgehöhlte der Zwiebeln. Die fettreichen Zutaten wie Butter, Eier und Käse werden bei diesem Rezept nur sparsam verwendet. Die Füllung verteile ich in Zwiebeln. Ich gebe ein bisschen Reibkäse drauf. Und dann kommt alles für 30 Minuten in den Ofen. Als Beilage gibt es geschwellte Herdöpfel und einen Rüeblisalat an Essig und Öl. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Rezept. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop 500 Gramm Eistein Kalorienarm 2 Franken günstiger für nur 6,50. Zwei Tauben Tommi-Mayonnaise für nur 3,70. Und das Kilo Magerspeck geräuchert, offen oder vakuumverpackt für nur 9,90. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop Uva Italia Trauben das Kilo für nur 2 Franken. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!